Heisen, sondern das andere, oder diese elektrische Strahlen, oder? Ne, nicht der. Noch ein anderer. Diese Elektroschusse, oder was? Ja, das ist irgendwie ein altes Gewehr, also so ein... Diesen MGM, oder irgendwie sowas? Ach, ich treffe einfach nichts. Gegenüber im Haus. Boah, ich stehe da drauf. Da, da war es wieder. Ja, genau. Das war nicht ich. Da. Schon wieder. Tonfehler, würde ich sagen. Die alle. Ja. Da liegt man am Spiel wahrscheinlich. Das ist schon seit mehreren Maps so. Oder die wollen das machen, wenn einer in der Halle ist, oder sowas. Quasi, dass es halt. Das ist ja gerade hier. Ach, der kämpft nur in den Häusern, der war los, ey. Ach, die sind nur am Campen allemal, ey. Ich sehe ja auch schon eine Weile keinen mehr. Ach, komm schon. Ach, nee, sitzt da einer im Haus. Pass auf. Und geht irgendwie in die Kartons, sodass man den nicht sieht. Das ist ja Bucky, du singen. Der Penner, ey. Genau da war der, ey. Oh, kein Kläger. Da kein Richter. Ich muss da melden. Nein, bitte. Im Haus oben ist einer. Ich weiß nicht, ich bin da gerade unten drunter unter dem Fenster. Ich glaube, der war es. Ja, ab. Sehr schöne Information. Oh, ich hab Baurete. Muss ich mal eben rufen. Vielleicht, da liegt einer oben da, ey. Oh, da wurde einer gepresst. Oh, Hellstorm. Erstmal rufen. Scheiße, kein getroffen. Hm, das ist schlecht. Oh, ich hab keine Money mehr. Oh. Mein Gott, dieser Steven, ne? Mal kurz Deckung. Ich gucke bei mir vor Ort. Oh. Am Fenster an der Scheune. Boah, geh doch mal einer Seite hier. Oh, Zerborus. Boah. Ich stelle ich in die Mitte. Ich stelle ich in die Mitte aufs Ausdau. Das wird aber jetzt übel werden. Okay, hab ich. Ist abgestellt. Oh, ist mich tot. Toll, hinter uns war's. Äh, jetzt nicht mehr. Wieso GTG's denn nicht auf? Hast du irgendwas noch aktiv? Ja, eine Schwebeladung. Vielleicht musst du die benutzen. Wo bist du denn? Ach, das ist was für ein Geräusch, er ist total nervig. Keine Ahnung, mein Zerborus ist weg. Was war das Geräusch, glaube ich, der Zerborus? Dieses... ...ne zeitliche Haufen runter. Ach, das haben wir ja schon die ganze Zeit. Ich habe irgendwie fehlgeschlagen, mein Zerborus. Ja, das war das Geräusch, der Zerborus, der Zerborus. Oh nein, von der Seite, von vorn, von innen, von überall. Verbündete Schwebeladung unterwegs. Jetzt fühlen wir wieder. Oh ja, aber deutlich. Mach'n Kill und wir haben gewonnen. Oh. Boah, sauber. Dritter. Und ich bin mal eben aufs Klo. Ja, aber viel Spaß. Guten Drop. Konntest du dich entscheiden? Ich glaube, wir haben beide genommen. Streuschuss. Selbst wenn du einen Glückstreffer landest, werde ich dich auslöschen. Die Runde war echt nie. Hm. Das Spiel. Tsch. Joker German. Germanian. Germanian. Die EBS, man geht auf den ersten drei Plätzen. Ja, wir haben sie einfach drauf. Absolutely. Punkteserie. Ich mach' mal die Talon weg und nehm' dafür die Vorräte. Vorräte sind die Beste, ey. Aber gut, da kann halt alles drin sein, ne? Mhm. Und du brauchst nicht so viele Punkte dafür. Ja, schon optimal. Mit über die Talon anziehen, muss ich mir mal... Widerde. Nee, nee, nee. Nee, nee. Natürlich not live. Nicht nur an Mona und auch anzusch facade. Ich bin kurz auf K. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Missionszeit beginnt. Kämpfen und ziehen. Wieder da. Nee. Danke. Ich bin untröstlich, dass ich zu spät bin. Ja! Ey, das wär das jetzt gewesen. Hinter dir! Marcel! Boop. Du sagst hinter mir, da kommt einer um die Ecke. Ich hab doch nicht gesagt, Feind. Achso, aber ich hab gesagt, Natur. Dass er dich erwischt hat. Boah, gute Reflexe. Wo bist du? Wer? Du. Äh, an diesem Hangar. Oh, ich werd nur geteam-killt. Oh, Feindliche Ladung. Ey, das ist doch nicht normal. Im Hangar sind auf jeden Fall immer welche. Im Hangar? Achso, wo die Züge stehen. Züge sind. Ja, okay. Haus ist jetzt auch einer. Ich bin in der roten Scheune. Zack. Reuters bestimmt gerade hier reingekommen zu sein. Oh, wo sind wir denn schon wieder? Okay. Na. Ah. Shitso. Ach. Ja klar, Mann. Ich hab mal wieder Bock auf die Sperrbär, alte, ey. So geil wie die explodieren. Wollen wir die wegfliegen mit dem Pfeil? Das ist voll geil. So blöd wie dein Teammate triffst. Was ist denn mit seinem Ding da und wird direkt getötet? Oh, Vorräte. Boah, wir spielen zwei, vier, sechs, sieben gegen Pfeil oder was? Kein Wunder, dass wir kaum wieder sind. Oh, ich hab Vorräte. Da ist einer Disconnected anscheinend. Er hat so ein komisches Zeichen neben ihm sein. Mhm. Aber wenn ich hier rumstehe, wird er trotzdem gekillt. Ich wollte ihn nicht ganz vernachlässigen. Ich wollte alle fair und leicht beantworten. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, was? Kriegt er dafür fröhlich herum? Was? 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 Ey, das kann jetzt auch wieder nicht sein, ey. Nein. Och Gott, wie schlecht. Oh, da wurde einer. Was? Mein Gott, oh. Ah, fuck. Der zweite Platz ist nichts wert. Vernichtet sie. Boah, ich hab voll die Probleme, Gegner zu finden, ne? Ich auch. Ah, hier kommen sie halt an der Scheine, ja. Oh, ich hätte beinahe den rausgeschossen. Ja, einen hab ich abbekommen. Oh. Verwundet wurden. Och, der ist unsichtbar. Oh, da kämmt einer. Wo? Im Haus? Auch in dem Hangar wieder ganz hinten. Aber ich glaub den hat schon wieder einer geholt jetzt. Okay, im Haus drüben ist tot. Ich bin schön schön weggecampt, ey. Der ist wieder. Der Camper hier. Das war doch genau. Das war doch genau. Das war doch genau. Selbst wenn du einen Glückstrakten anlässt, werde ich dich auslöschen. Oh, werde ich dich auslöschen. Oh, werde ich dich auslöschen. da waren ein... ah! sehr mein! nüchtern betrachtet war es besonders